Musik Der Fanklub Alte Kameraden Ulm, der seinen Namen aus gemeinsamen Bundeswehrtagen der Gründungsmitglieder verdankt, ist bereits seit einigen Jahren sozial sehr engagiert und hat durch diverse Benefizveranstaltungen soziale Einrichtungen mit Spenden unterstützt. Am 2. Juni 2012 richtete der Spatzenfanklub sein viertes Benefizturnier, wie auch im Vorjahr zugunsten des Förderkreises für Tumor- und Leukämie-kranke Kinder Ulm e.V. auf dem Kunstrasenplatz neben dem Donaustadion aus. Der Erlös dieser Veranstaltung in Höhe von 2.120 Euro wurde nun beim Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am 24.11.2012 von den Organisatoren des Benefizturniers mit einem Spendencheck an den Vorstand des Förderkreises vertreten durch Frau Diana Reisle übergeben. Mit ihrem Engagement möchte der Fanklub Alte Kameraden Ulm Fußballfans zur Mithilfe inspirieren. Mein Betrag ist 2.120 Euro für euch. Wow! Also, wir haben ein Betrag gespielt von allen Fanklubs mit 2.120 Euro. Und dazu möchte ich mich noch an alle bedanken, die wir in Weimar, die uns unterstützen, und dass nächstes Jahr noch mehrmals kommen, und dass wir gleich nächstes Jahr den Betrag noch weiterkommen können. Ja, ich würde jetzt mal einen Applaus werden. Und jetzt gebe ich mich noch ein bisschen hoch, aber das wird dann mal heißen, weil ich glaube, das ist ein Paarhaus, wenn wir eine Pause, wenn wir sie finden, oder Paarhausen, weil ich glaube, 2.120 Euro für einen Kunstrasenplatz turnieren ist schon eine tolle Leistung. Das ist wirklich schön. Meine gute Wurst war. Also, dass es dreistellig ist, das wusste ich. Also, es hat fast gesagt, aber dass es noch verdoppelt wurde, Respekt. Also, ich bin total begeistert, ich war am Mittag eigentlich auch zu Wort. Und die Organisation wird von Jahr zu Jahr besser. Die Sponsoren kommen auch. Und ich denke, dass es mit Sicherheit auch eingebaut ist, warum diese Spenden so gut zusammenbekommen ist. Der Betrag wird in der Regel so hochkommen. Wir haben ganz viele Projekte, die wir ganz viel Geld bauen. Sei es das Geschwisterkinderprojekt, die Musiktherapie, das Notdruckprojekt. Das sind ganz, ganz viele Sachen. Und ich denke, das Geld ist da super angelegt. Ich möchte einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Und euer Willi, das nächste Jahr. Und das ist ungemacht, das nächste Jahr. Also, vielen Dank. Und Sie sollen uns bei diesem nächsten Jahr, wie es heißt, fünftes Zeitwerk, Rufmann für mir, für den Gebiet am Gebiet. Herzlichen Dank. Tolle Idee von unserem Tag Club, meine Kameraden. Dankeschön. Das war's! Die Damen! Untertitelung des ZDF, 2020